Eberhati, Graf von der Mag, Vogt zu Essen, war der erstgeborene Sohn von Graf Engelbatti. Von der Mag aus dessen erster Ehe mit Kunigunde von Blieskastel, einer Tochter von Graf Heinrich. Im Lexikon des Mittelalters wird er als Inverhat II, Graf von Mag, Graf von Altena genannt. Die erste Heirat fand um 1273 mit Irmgard von Berg, Tochter von Herzog Adolfi V. und Margarete von Hochstaden statt. Aus dieser Ehe ging unter anderem Graf Engelbatti II von der Mag hervor. Die zweite Heirat erfolgte dann mit Marie von Luz. Graf Eberhard kämpfte Zeit seines Lebens gegen die Macht Kurköln. Im Winter 1287-88 befreite er zuerst die von den Kölnern besetzte Limburg bei Hagen. Belagerte anschließend erfolgreich die gegenüberliegende Raffenburg und zog von dort in die Schlacht von Woringen gegen den Kölner Erzbischof. Im Anschluss eroberte er die Stadt Werl und die neue Isenburg in Essen. Hintergrund der Ereignisse war der Limburger Erbfolgestreit. Sein Vassal Sorbaudes wird er machte Eberhard später die Hohen Limburg streitig. Eberhard legte erste Ansätze einer Verwaltungsgliederung der Grafschaft Mag und gründete im Jahre 1301 die heutige Stadt Bergneustadt. Das Hochgrab des Grafen Eberhard II von der Mag und seiner Ehefrau Irmgard gehört zu den bedeutenden Kunstwerken der Kirche in Fröndenberg. Das Hochgrab des Grafen Eberhard II von der Mag und seiner Ehefrau Irmgard. Das Hochgrab des Grafen Eberhard II von der Mag und seiner Ehefrau Irmgard.